Der SC Freiburg zu Gast beim FC Bayern. Die Münchnerinnen brauchen einen Sieg, um wieder Tabellenführer zu werden. Wolfsburg hat ja bereits vorgelegt. Der FCB von Beginn an stark. Freistoß Simon in der Zentrale. Maximiliane Rall völlig frei. Das 1 zu 0 für den FC Bayern nach 11 Minuten. Caroline Simon mit viel Gefühl. Mit dem linken Fuß und er fehlt in Richtung Tor. Aber klar, Rall kommt da aus Freiburger Sicht viel zu frei an den Ball. Es läuft also alles nach Plan für sein Team. Trainer Alexander Strauß. Vergangenes Wochenende sind die Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale ausgeschieden. Mit 0 zu 5 gegen Wolfsburg. In der Champions League sind sie auch raus. Aber in der Liga läuft es. Stanway, die traut sich. Kumagai kriegt den Nachschuss und den schiebt sie rein. Zum 2 zu 0 in der 18. Minute. Keeperin Lena Nuding sieht da nicht gut aus. Erstes Saisortor für Saki Kumagai. Vergangene Spielzeit traf sie fünfmal. Na ja, da muss sie sich ranhalten, wenn sie das jetzt wieder schaffen will. Aber gut, der Anfang ist schon mal gemacht. Ja, und diese Situation gab es eben schon so ähnlich. Freistoß, Caroline Simon. Nur diesmal haut sie direkt drauf aufs Tor. Und wie. Was für ein Pfund zum 3 zu 0 für den FC Bayern. Nach 21 Minuten. Nichts mit FE diesmal. Sondern volle Power. Drauf aufs Tor. Caroline Simon mit ihrem starken linken Fuß. Ein bitterer Auftritt von ihrem Team. Freiburgs Trainerin Theresa Merck. Und jetzt Achtung. Wieder eine Standardsituation. Da ist es bisher immer gefährlich geworden. So auch jetzt wieder. Clara Bühl mit viel Platz in der Zentrale. Sidney Lohmann. Jeder Schuss Eintreffer. 4 zu 0. Nach nicht mal einer halben Stunde. Etwas schwer zu erkennen. Da im Schatten. Aber Lohmann. Nach der Hereingabe von Bühl als Letzte am Ball. Die Freiburgerinnen gehen hier unter am Bayern Campus. Nur 2 Minuten später. Es geht Schlag auf Schlag. Wieder die Heimelf. Freiburg war noch nicht nennenswert in der Münchner Hälfte. Aber der Ball. Dafür umso häufiger im Gästetor. Und hier schon wieder Maximiliane Ralf. mit ihrem zweiten Treffer nach 31 Minuten. Was für ein dramatischer Nachmittag für den FC Freiburg. Die Abwehr ist kaum vorhanden. Die Münchnerinnen einfach eiskalt. Sie bestrafen jeden Fehler. Es ist wie ein Trainingsspiel bei 22 Grad für den FC Bayern. Der also auf jeden Fall wieder Tabellenführer wird. Nächste Chance. Bühl setzt sich durch. Und erneut steht Lohmann richtig. Im Tennis würde man sagen. Der erste Satz ist durch. 6 zu 0. Lohmann völlig frei. Keine Abwehrspielerin in der Nähe. Sie trifft zum Halbzeitstand. Ein halbes Dutzend Gegentore für den FC Freiburg. In 45 Minuten. Der Sportklub in der Tabelle auf Rang 6. Hat zuletzt allerdings 5 Ligaspiele in Serie verloren. Hier wird Nummer 6 folgen. Das ist jetzt schon klar. Aber die Gäste kommen besser aus der Kabine zurück. Marie Müller hat Platz. Sie sieht Annabelle Schasching. Plötzlich ist der Ball drin. Erster Treffer für Freiburg in diesem Spiel. Durch die 20-jährige Österreicherin. Erstes Bundesligator für Schasching. Freiburg steht ja im DFB-Pokalfinale. Hat gegen Leipzig gewonnen. Und gefeiert bis zum nächsten Morgen. Hier herrscht Katerstimmung bei den Gästen. Auch wenn sie jetzt besser spielen. Trotzdem die nächste Chance für Bayern. Jovana Danjanovic. Die Serbin. Artistisch und dann gut gehalten von Nuding. Die Münchnerinnen sind in diesem Jahr in der Bundesliga noch ungeschlagen. Am heimischen Bayern Campus. Sogar die gesamte Saison noch ohne Punktverlust. So wird das auch hier und jetzt bleiben. Und jetzt legen sie sogar noch mal nach. Lea Schüller. Vorhin eingewechselt. Sie lässt so eine Gelegenheit natürlich nicht liegen. Sie erhöht auf 7 zu 1. Schön quergelegt von Marc Gull auf Schüller. Die Goalgetterin macht. Was sie am liebsten tut. Der höchste Ligasieg des FCB überhaupt war mal ein 10 zu 1. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber die Münchnerinnen sind dran. Lina Magul an den Pfosten. Die war mal bei Freiburg. Übrigens genau wie Clara Bühl. Die mit dem Nachschuss. Der geht rein. Das 8 zu 1. 84. Minute. Freiburg fällt zurück aufs Niveau der ersten Hälfte. Und der FCB eiskalt wie gehackt. Ab in die Schlussphase. Foul von Schüller an Schasching im Strafraum. Das gibt 11 Meter für Freiburg. Also vielleicht der zweite Treffer. Marie Müller übernimmt und verwandelt souverän. Das ist die letzte Szene dieses Spiels. Danach ist Schluss am Bayern Campus. Mit einer Machtdemonstration gewinnen die Münchnerinnen mit sage und schreibe. 8 zu 2 gegen den FC Freiburg. Und sind damit wieder Tabellenführung. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier. Das sind aktuelle Videos. Klickt da auch gerne mal rein.